Will ich das mal umdrehen? Aha, irgendwas von Darwin. So, so. Vielleicht hätte ich den Rest jetzt doch lesen sollen. So, Evolutionstheorie im Puff oder sowas. Sehr interessant. Dieses Spiel wirft ein völlig neues Licht auf die Historie. Ähm, wo darf ich lang? Du flirtest schon wieder, oder? Du sollst arbeiten, Junge. Kann es sein, dass man mich sucht? Ist das so? Ähm, okay. Ja. Ja, mehr als genug und so. Okay. Alles klar. Dann, äh, ja. Ich geh mal hinterher. Äh. Ist, äh, schön hier. Ja, die Geräusche sprechen Wände. Ja, ich, ja, ja, ich, ich eile. Ja. Aber die armen Damen. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Ähm. Oh! Ähm, ja. Du! Hi. Hey! Okay. Na, 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 na. Na. Hey, ich wurde erschossen. Was soll das? Das ist wie unfair. Das geht ja gar nicht. Ach, darf ich nochmal? Okay. Ja, klar. Kein Ding. Machen wir. Nein. Das machen wir nicht. So schön. Äh, 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 ähm, und jetzt? Darf ich aus dem Fenster steigen, oder was? Ach, da ist einfach eine Tür. Das ist ja noch praktischer. Das ist ja fantastisch. Äh, ich gehe mal davon aus, ich darf hier hoch. Ja, das habe ich mir doch fast gedacht. Ja, gut, steigen wir einfach über die Dächer. Das ist eigentlich eine coole Idee. Lass mich raten. Rüberspringen, rüberhangeln, tralala, ne? Machen wir so. Ja, alles klar. Da möchte ich nicht rein. Äh, kann ich... Kann ich hier hoch? Ach so, okay, ein bisschen tiefer. Okay. Na gut, dann geht's hier vorne wohl weiter. Na gut. Ich gucke, dass hier alles so verwinkelt gebaut ist. Und hepp, dann mal rüber, bitte. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist denn mein Ziel? Ja, Krankenhaus. Krankenhaus ist super. Ich, ich gemühe mich. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass du das tust. Was haben wir da? Wieder so ein Audio-Dings? Ist das so ein Teil? Ja, ne? Ja, ich nehm das mal einfach mit jetzt nur. Hm, wo darf ich hier? Darf ich irgendwas machen? Okay. Machen wir das doch mal. Ja, da muss ich natürlich drücken, klar. Okay. Na, komm schon. Reicht das? Jetzt kann ich was machen. Gehen wir jetzt hier draußen weiter, oder wie? Verstehe ich nicht so ganz. Ach so, jetzt kann man bestimmt da, da weiterhangeln, ne? Ah, okay. Dann kommen wir da jetzt hoch. Na gut. Ja, das ging ja noch. So, und nun? Habe ich jetzt eigentlich gar keine Waffen mehr? Ich habe gar keine Waffen, ne? Weil die musste ich ja da gerade abgeben. Das gefällt mir nicht so gut. Ach, und auch einmal habe ich wieder eine Waffe. Na gut, ich habe gerade extra geschaut. Sollte ich sie jetzt erschießen? Soll ich sie erschießen, oder soll ich warten? Ich habe keine Ahnung. Okay. Die Däsche sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Nehme ich. Nehme ich auch. Sehr schön. Irgendwer noch drin? Nein? Ihr führt einen Weg hinaus. Ach so. Okay. Moment, ich möchte erstmal Kram mitnehmen noch. Nehme ich. Was haben wir da? Ja. Geil. Nehme ich auch. Und das da, das da oder das da. Was möchte ich denn lieber? Ich glaube, ich möchte das lieber haben. So, was haben wir? Das haben wir, das haben wir. Okay. So, dann wechsle ich erstmal zu der da. So, da führt dein Weg raus, sagst du. Dann wollen wir mal da lang. Wo kann ich denn jetzt hier da runter? Nehme ich an. Okay. Kommt unser Kumpel da auch hinterher? Kommst du mit oder bleibst du da oben? Also ich hoffe, du kommst mit. Tust du. Sehr gut. Okay. Da runter nehme ich an. Ja, das merke ich auch gerade. Waren wir hier nicht schon? Ist das nicht der Anfangsbereich? Ne, nicht ganz. Ach, hier sind wir. Okay. Ja, lecker. Sehen Sie, Monsieur. Diese Königin hat Gott nicht beschützt. Hm. Wups. Äh, da bin ich aber dagegen jetzt. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Schatzsetzen ausscheiden. Zu dem Ohr, Monsieur. Alter Schwede. Aua. Aua. Ja, ich glaube nicht, dass ich den hier gut treffen kann. Kann ich den mal treffen? Ja, nicht sehr gut, aber ich versuche mal, das mal blind reinzuschließen. Ah, da haben wir ihn. Sehr schön. Ich hätte mir wahrscheinlich doch die andere Waffe nehmen sollen. Bleibst du liegen? Okay, cool. Ja, kannst du auch mal lassen da oben. Komm her. Alter. Alter Schwede. Okay. Wo gibt es denn mal eine coolere Deckung für mich? Nehmen wir die da. Oh Mann, da sind hier so viele Leute. Ja, ich bleibe ja unten, ist ja gut. Okay, der wäre weg. Ich bin sehr dankbar, dass das Spiel einen aber auch anzeigt, ob man... Ja, der letzte Treffer hat, dass der so extra rot markiert ist. Da war doch noch einer, oder? Nein, ich bin sehr dankbar. Bilde ich mir das gerade ein? Ja, bleibt genauso. Hi. Tschüss. Rebell neutralisiert. Ähm, Schwarzsicht zu aktivieren. Okay, brauche ich aber glaube ich gerade nicht. Muss ich jetzt hier geradeaus einfach weiter, oder was machen wir jetzt? Auf jeden Fall nehme ich mal Munition noch mit. Gehen wir nach oben. Ach Gott. Na komm. Na komm. Komm mal raus, deine Deckung. Okay. Die kriegen wir noch weg. So, sehr schön. Ja, muss mich ja nicht so anschreien. Mein Gott, wie hier direkt in meinem Gesicht drin steht. Sehr schön. Das ist ja mal eine energische Ansage hier. Der Weg ist blockiert. Gar nicht. Könnte ruhig durchkommen. Was? Durch das Gebäude? Achso. Was? Du, die Tür auch durch welches Gebäude? Wo denn? Hä? Bin ich jetzt doof? Wo genau soll ich lang? Da lang? Nein, offensichtlich nicht. Hier lang? Auch nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was du von mir möchtest. Hier vielleicht? Kann man da was mitnehmen? Nein? Okay. Oh Gott, das wird doch bestimmt nicht gut hier, ey. Ja, lauf mal. Ich würde gerne... Ähm... Was habe ich denn da jetzt? Warum habe ich die denn da? Wo ist denn der Unterschied? Rauchgranate? Und normale Granate. Achso, okay. Verstehe. Nee, aber ich glaube, einen Sniper möchte ich nicht. Sehe ich zumindest nicht, dass ich gerade einen Sniper brauche. So, darf ich hier lang? Da geht's lang, okay. Ich warte jetzt immer darauf, dass mich irgendwer mal hier packt, hier. Einfach so direkt, wenn ich um die schmalen Ecken komme. Bisher aber nicht. Jetzt... Moment, zum Verständnis. Ich bin jetzt genau da, wo ich anfing, oder? Super! Ich bin im Kreis gelaufen. Yay! Wo geht's denn hier dann weiter? Gibt's hier irgendeinen Trick, den ich jetzt gerade nicht verstehe, oder wie ist das? Achso, wir könnten natürlich das Gebäude nehmen. Na gut, das war zu einfach. Dann gehen wir halt da durch. Alter, aua. Lass das. So. Hm, da lang, hier lang, dort lang. Hallo? Ja, das ist schön, aber ich bin nicht interessiert, aber ich könnte immer alle... Das war nicht ohne. Okay, ja. Äh, noch wer? Da vorne. Diese Zielgenauigkeit ist ja ein einziges Vergnügen hier. Na komm. So, den hätten wir auch weg. Jetzt wünsche ich mir fast doch ein bisschen, dass ich mir Dr. Kirsten allerdings mitgenommen hätte. Das sollte ein bisschen mehr in Deckung bleiben. Das ist, glaube ich, gesünder für mich. Ach, guck mal, was wir da haben. Nehmen wir das halt mal eben. Hm, die gefällt mir. Alter, aua. Ah, okay. Sehen hätten wir auch. Nichts da, aua. Oh nein, da war einer direkt neben mir. Verdammt, den habe ich gar nicht gesehen. Ach, super. Ja gut, da hat es uns ein wenig nachhin gerafft. Da bin ich beim nächsten Mal hoffentlich schlauer. Verdammt. Ja, 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 ja. Kann er zumindest versuchen. Kann er aber auch lassen. So, nehmen wir uns das da mal. Und dann einfach den Weg. Na komm. Oh Gott, jetzt schieße ich ja noch noch daneben. Fantastisch. So, auch weg. Nächster. Oh nein, verpasst. Ja, der war ganz gut, denke ich. Hallo. Liegen bleiben, danke. Ja, ich glaube, er war recht erfolgreich. So, auch liegen bleiben, danke. Nächster. Aber das ist gar nicht so leicht mit der Waffe. Komm, ich hole mir mal die andere wieder. Hallo, die hätte ich gerne. Danke. Ja, das kann man so nennen, richtig. Nein. Ach, komm schon. Wie soll ich mich denn dagegen wehren? Ja, da komme ich gar nicht weg hier. Ja, super. Da ist ja... Was mache ich denn gegen die ganzen Horden, die da immer mehr wehren? Boah, die Sau. Wettenschütze, neutralisiert. Mehr Rebellen! Raus! Verdammt! Verdammt! Das war nicht ohne. Ja, komm. Das ist nicht ganz so leicht, wie ich es mir erhoffe, muss ich zugeben. Komm schon, bleib liegen. Ach, die Zielgenauigkeit ist halt wirklich awesome gerade. Okay. Ich hab'n Plan. Fall um. Danke. Wo kommen die denn überhaupt her hier? Das versteh' ich gerade so gar nicht. So, komm schon, du auch weg. Nächster. Ja, ich... Ach, ich würde mich gerne wehren, aber ich komme nicht mehr dazu zu schießen, wenn der hier ankommt. Mann, was ist denn hier los? Das ist aber ne miese Stelle. Ja, Flintenschützen, finde ich, sehr ätzend, muss ich zugeben. Okay, ja, 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 ja. Ach so, das erklärt gerade einiges. Feind erledigt! Das ist aber nicht ganz die Waffe, die ich jetzt hier hofft hatte, hier aufzusammeln. Verdammt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, komm her. Ja, 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 ich geb' mein Bestes, oh nein. So, dann gehe ich lieber mal wieder auf die Waffe erstmal. So, noch was. Nächster. Bitte. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wo der jetzt herkam, aber okay. Das suche ich nun nicht, hätte gerne. Nein, das wollte ich nicht. Mann, wo liegt die richtige Waffe jetzt zwischen? Ja, ja, du bekämpfst sie am Boden und verrätst mir nebenbei mal, wo die hier immer herkommen, verdammt. Ich halt mal einfach drauf jetzt. Muss doch machbar sein, die Stelle hier, oder? Komm, du bist noch nicht tot. Steh wieder auf. Oh Mann, was ist denn hier los? Das war ein bisschen simpler. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Ich möchte mich schon wieder verrecken hier. Ich komme mir zwar selber ein bisschen doof vor, aber ich gehe mal hier ein bisschen auf Sicherheit gerade. Aua. Sind sie denn irgendwann auch mal fertig, oder kommen da jetzt einfach ohne Ende welche? So, wo ist der Nächste? Welche Fehler haben wir denn hier noch, ey? Es hört einfach nicht auf. Was, wie Granate? Ihr könnt mich doch mal. Jetzt kommt der noch mit Granaten an, oder was? Oh Gott, die Munition geht mir leer hier. Ach, weißt du was? Das fand ich aber auch. Alter Schwede, das wird ja nicht besser hier. Komm schon, kann man denn nicht mal irgendwo anders hingehen, oder so? Ach, du bist auch wieder da. Hi. Das ist ja hier super erfolgreich, was wir hier machen, würde ich sagen, wa? Aua. Aua. Da ist noch irgendwas an Granaten. Nein, das geht ja auch zu sehen. Aua. Okay, jetzt haben wir noch mal einen. Da, nimm das und sei ruhig jetzt da vorne. Haben wir es jetzt? Wo ist denn da noch einer? Da oben. Da. Kannst du mal sterben? Danke. Ich geh mal da runter jetzt. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Hallo. Schön liegen bleiben. Haben wir es dann jetzt? Oder kommt noch was? Ich lade ihn ab. Oh Gott, ich sollte das einfach nicht auf, ne? Verdammt. Oh nein, oh nein. Granate! Hilfe! Ich liege hier rum. Kann mich irgendjemand aufheben? Ah, sowas darf ich. Sowas geht also. Meine Fresse, ihr geht mir halt auch in die Zünder hier, ne? Oh Mist! Granate! Ekelhaft. Sehr ekelhaft für Schritte. Komm her, stehe. Halte ihn dir auf, während ich in der Reichweite stehe. Na komm. Wo ist denn da einer? Ich seh den gar nicht. Also ich weiß echt nicht, wo der ist. Na ja, Drecksack. Ist das so? Ja, you don't say. Ist ja hier der Hammer. Du kommst ja auf Ideen, Junge. Okay, haben wir es tatsächlich geschafft. Der Hammer ist hier. Wie ist hier. Und wie ist hier? Vielen Dank.